Jajajajaj Let's go Let's go Let's go Yo yo leute, herz kommt zu einer roten Quickest Game mit dem Shimoni Oh ne alter Jetzt geht das wieder los ne So alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Freunde Der Natur Wir haben auf jeden Fall noch bei Shimoni Quickest Game Vor allem ihm ein neues Format gemacht Falls ihr das sehen wollt Ah da bist du, ich helf dir Nein Das ist auch ein Quickest Game Wir können ja bei ihm vorbeischauen Ja Alles klar Oh tschüss Wo bist du? Die Angel ist bei mir voll fett, weil ich texture pack von 1,7,2 hab Bissi jig oder was? Bissi jig Boah 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 Alter Fabian, du Drecksack, Alter Man Was war extra? Shimoni Oh Gott Ich wollte eigentlich nicht treffen Lauf, 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 lauf Nein, ein Herz, ein Herz Nein, bitte, bitte helf mir Nö, komm Du, du, drück Du scheiß Rückeberger Du scheiß Rückeberger Nee Nee Ob Wo bist du, Rude? Nee, muss da ins Wasser Deutschland 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 ist unser Reich Schnee, da bist du Genau Warte, ich guck dir zu, wo bist du? Tot Wie heißt du? Ich bin tot Achso, wie heißt du? Alter, ich, nee, komm, ich nehm jetzt einfach alles ankert auf Alter, das war schon wieder göttlich Das war göttlich Du bist, du bist wieder göttlich, oh Scheiße Vor allem ich, ich hab die Punkte für dich bekommen, ne? Ja, du bist wie immer schön der, der Punkte-Mann Wo bist du? Runde gefallen, Alter, bist du doof? Ja, ich potter eigentlich ins Wasser, spring so in Fluss und bin dann aber auf das so, einen Block vorher noch aufgekommen, aufgeplätscht Oh, Mann, Alter Und ich hab nur ne ein Herz, kennst du ja, ist der Ramon-Taktik Ramon Ja, und falls ihr denkt, wieso meine Haare so scheiße aussehen Ich war vorhin erst duschen In Eiskarten-Pingrin-Wasser Ja, ach, du nimmst ja jetzt mit Festcam auf, ne? Nö Du hast gerade gesagt, nicht wundern, warum meine Haare so aussehen Ja, trotzdem Darf ich, darf man das heutzutage nicht mehr sagen Ja, nein, aber, hä? Wie sollt ihr das denn sehen? Das verstehe ich nicht Ja, mit Hack Mit Hack, ja, mit Hack Mit Hack Den Hack des Todes haben die Die haben ein Computer gehackt Wo keine Webcam dran ist NEEE NEIN SHIMONI NEIN SHIMONI 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 Oh, jetzt aber Jetzt geh mit Ramis Ja Nee 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 Oh, nee Oh, nein SHIMONI Oh, nein, ich werd von Nein, oh Gott Nein, nein, ich bin tot Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin tot Mann, Alter, was ist los mit dir? Mann, ich werd die ganze Zeit geklögel Das kann doch nicht sein Geklögel, Alter Geklögel, Alter Geklögel, Alter Geklögel Oh, nee WAH Nee, Mann Da ist er verreckt Da ist er verreckt Weißt du was? Es ist die Fail-Runde des Jahrhunderts Es ist ja UNDARCH Die Musik ist sad Hi, where is so Wenn ich hier jetzt verkackt, dann verzweifle ich echt Oh, das ist mir egal eigentlich Es ist mir egal So, passt, als ob ich erzähle jetzt mal eine Geschichte ob kurz Ich war einmal damals in der Kneipe war ich mit einem Freund da, ne? Und dann kam der andere, weil er riecht besoffen, der Sack Der Sack Oh, Mann Oh, Gott, mir ist, äh Oh, Gott Was mach ich für ne Scheiße, Alter Ich laber wieder aus, so ein Dreck Ah, ja, ich könnte ja, ähm, ich könnte ja jetzt mal, ähm, ja, wie mach ich das jetzt? Ähm, ja, okay Fick dich Fick dich einfach nur Oh, Mann Nein, hier ist einer Nein Nein, hier ist einer Ich bin tot Nein Ich... Mann Mann Alter Du könntest Next Allotrix wählen, Alter Ich kote gleich, das kann doch nicht sein Bitte nimm mal auf, da schneid das bei mir rein Wo bist du, wer heißt du? Wer heißt du? Kaktus LP Äh, Kom... Wieso Kaktus? What the fuck Es gibt ein Kaktus LP Komet 4 2 irgendwas Ah, der ist Kaktus Komet, das schaffst du Was? Hi, hi, hi Shimon Wo bist du Kaktus? Ich bin nicht Kaktus Ich bin nicht Kaktus Ja, äh, Komet Ja Los, gelieb Hä, wer hat den grad angeschossen? Leute, wir werden einfach gefickt hast Einfach so 1, 2, 3 und da ist die Hose frei Mann, Alter Was laberst du? Ich laberst scheiße Ich weiß, danke Bitte So, jetzt macht der Vauer hier ein bisschen Kachong Kachong Kachong, loo Es gibt immer Kachong hier Gib dem Rahme Gib dem Rahme Oh Gott, stopp Da ist er weg Der skimm von dem, der hat mich getötet Nimm Rache an dem Nimm Rache an dem hässlichen Der hat mich getötet Wie heißt der? Mann, was... Wer ist der? Der kill mich auch noch Der ist... Neee! Der ist der... Luki Oder was ist der? Lauki Was ist der? Wie heißt der? Ich kann mich so nicht konzentrieren Der heißt Lauki Was? Wie heißt der? Hä? Ah, Lauki Der ist Lauki Der ist einfach Lauki Oh Scheiße Hey, pass auf! Junge, la weg! Nee! Was ist alles so ein Wacken? Wohl? Wohl So Lauki ist so ein Angelhaller Oh, jetzt aber Was will Ja! Pass auf, der andere kommt! Jetzt gibt es Ramel Jetzt gibt es Ja! Uuuuuh Lord, wie du die einfach alle gefickt hast Alter, was hier für Scheiße rumliegt Jidi Jiiiih Warte, wie lange haben wir es? 6 Minuten Ich würde sagen, wir machen noch einen Ja, komm Einer geht noch 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 Bist du einfach runtergesprungen? Ja Wer läuft bei dir? Ähm Einfach mal so, ich denk mir auch einfach mal Du hast einfach auch mal Schie, Moana 2.0 gemacht Schie, Moana Schie, Moana Schie, Moana Bist du hier drin? Moana 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 Wo ist dein Boxerskin, Alter? Ja, Digga, aber ein Boxerskin, Junge Ich bin Downy, Junge Boxer Hatsch Jetzt gibts, ne? Jetzt gibts Ramis Jetzt gibts Ramis Jetzt gibts Ramis Jetzt gibts Ramis Ich komm nicht auf Ich komm nicht auf die Stimmlage, klar Hatsch Wunderbar Hatsch Das findest geil, ne? Äh, hier ist keine Kiste Oh Gott, meine Stimme tut wie Ach Oh Gott Oh Alter, ich verreck hier gleich Hatsch 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 Will es noch nicht sterben Ich hab davon genug I will das jetzt nicht machen Sonst kriege ich einen Entzug Wat labere ich da für eine Möhle Ich weiß jetzt was oder mit Bitter, hör einfach auf Josch Ne, ich brauch eh nicht aufロücken Ich hab das scheiße Larm Jetzt gib bit Rrrرrrrrummmes Okay próxima Was machen die da? Was ist das? Hallo, hallo Serge Kommel, ich hab den jetzt einfach rausgekackt hier, oh nein, nein, scheiße, nein, 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 ich hab gar nichts, alter, ich hab den einfach mit der Hand angegriffen, like, äh, die haben sich hier aus der Map gepackt, auch cool, dem einen hab ich einfach rausgekickt, ich hab mich aber auch irgendwie nicht, ey, man, ich kann dich hier nicht killen, ja, so ist das, man, so ist das, man, so ist das, mein Freund, wie sind die denn überhaupt hingekommen, oh scheiße, das ist ein Team, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich bin einfach, lol, darf man das, was denn, ja, hier wo ich gerade bin, warte, ich gucke, wo bist du, äh, wie heißt du, wer heißt du, jung, mein Jung, warte, ich heiße, äh, Platzhinschief, ah, ist klar, okay, lol, du bist ja auch alt auf der Map, Ja, eben, weil ich die grad killen wollte, oh ne, jetzt kommen die hoch, jetzt gibt es Rames, ne, eben nicht, jetzt gibt es Todes, wir sind aber nicht her, idrisst gut, nuh 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 nuh, oh shit, ah hier ist ne Küste, Leute, los, los, Los! Go, 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 go! Go, go, Power Rangers! Hier eine Tür! Los, den kriegst du! Jetzt los, jetzt, jetzt! Jetzt geht's raus! Jetzt geht's raus! Ich komm nicht drauf! Los! Geh! Oh scheiße! Nein! 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 Scheiße, Mann, was du lachst! Er schreit rum! Ich laber scheiße! Ich bin einfach dazu da, um einfach noch ein bisschen nebenbei noch so für Unterhaltung zu sorgen. Genau wie du. Und dann mach ich aber einfach irgendeine dreckige Scheiße. Ich würd's mal sagen, das war's jetzt von der supercoolen Ultra-File. Das war's jusig! Wof? Shhh... Bist du zubehindert? Benjamin! ö ö ö ö ö ö ö Oder bist du grad im Sterben? Er äh... uh... Ich hab noch meinen Kommentar dazwoll raus Detroit. Okay, auf jeden Fall, äh, warst du jetzt kurz von der QGSG-Runde. Schau mal, Rama vorbei, da haben wir ungefähr noch so eine behinderte Aufnahme gemacht. Und ja, morgen gibt es ein Video, wo ich dann nochmal ein bisschen was zu den Projekten sage und Spielmodus teste. Das habe ich vor der Aufnahme schon angefangen, äh, aufgenommen, weil ich irgendwie behindert bin. Aber egal, ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Willst du noch was sagen? Ja, eine Sache, wie... Ja. Das war's! Bis zum nächsten Mal! Schaltet mir da ein, wenn es heißt! Fabo, gilt alle! Bis zum nächsten Mal! Und tschüss! Tschüss!